Das ist die Anna aus Deutschland. Der Flüchtling. Sie geht jetzt mit uns in die Klasse. Herzlich willkommen, Anna. Boah, weißt du jetzt, dass Papa nicht leiden kann? Euer Vater schreibt seine Meinung sehr deutlich in der Zeitung. Ich will hier aber nicht weg. Das will ich auch nicht. Also, so wie es aussieht, hatten alle berühmten Menschen eine sehr schwere Kindheit. Was soll das denn werden? Ein Kalender. Ich kratze jeden Tag ein Kästchen ab, bis sie wieder heimfallen. Letzten Dienstag sind sie da mit einem LKW gekommen und haben eure Sachen abgeholt. Die Deutschen sind von allen guten Geistern verlassen. Vielleicht spielt Hitler jetzt gerade Mühle mit meiner Spiele-Sammlung. Hoffentlich ist er lieb zu meinem Kaninchen. Das riecht nach alten Socken. Und wenn ihr weiterhin immer nur von Deutschland träumt, dann werdet ihr viele wunderbare neue Sachen verpassen. Dann macht es dir nichts aus, Flüchtling zu sein. Doch, aber ich find's auch ganz interessant. Und? Der Noto Futur, das sieht wie. Santé. Der Noto Futur. Santé. Santé. Ihr Juden müsst doch überall die Besten sein, oder? Jetzt haben sie uns, die Nazis. Ach, du Knalltüte. Das ist nur eine Birne. Das sah gar nicht gut aus. Ich glaub, die Mama hat geweint. Bei einem Flüchtling muss man eben oft Abschied nehmen. Auf Wiedersehen, du gutes altes Haus. Wieder ein Luger, ihr engen Gassen. Au revoir, rue de la victoire. Das gehört zu meiner schweren Kinder dazu. Du wirst immer mein kleines Mädchen bleiben, hörst du? Jetzt kannst du nicht eines Tages doch noch berühmt werden. Bonjour, Madame. Madame heißt aber Frau, glaub ich. Au revoir, Madame.